Die Herren Zolling und Westrich hatten wir gleichfalls einen Haftbefehl erwirkt. Dabei hätten wir die beiden auch so festnehmen können. Immerhin waren sie spätestens dann fluchtverwichtig, als sie sich auf den Weg zum Bahnhof machten. Überraschend ist für uns immer wieder die Beobachtung, dass die vielen Zeugen solcher Szenen, Passanten wie hier, sich wohl erregen, wenn sie Ähnliches im Kino sehen. Aber hier gehen sie gleichgültig weiter. Im Kino ist es schön.